Arbeitsbelastung ist natürlich wahnsinnig hoch. Meine Tage haben sehr häufig 10 plus Stunden. Ich bin jetzt 32 und ich bin seit ich 15 bin selbstständig. Das heißt, ich habe natürlich über mein Leben auch sehr viel gelernt über mich selber, was ich gut kann, was ich nicht gut kann und wie ich auch irgendwie eine Balance in meinem Leben finde. Das ist ein Grund, warum ich hier im Allgäu bin. Ich könnte ohne Probleme in jeder Stadt der Welt leben, aber ich habe für mich gemerkt, ich bin natürlich sehr tempted, ständig irgendwie dann auf das Business-Event zu gehen und dahin zu gehen und mich mit dem zu treffen. Das ist ein Grund, warum ich hier bin. Ich stehe morgens auf, ich dusche kalt, ich mache mir ein Feuer hier im Ofen hinter mir, setze mich hier, habe meine Ruhe, arbeite dann den ganzen Tag und reise natürlich auch viel und bin immer da, wo ich sozusagen gebraucht werde. Aber ich höre halt abends auch 17, 18 Uhr dann aufzuarbeiten, weil ich ja morgens um 4 oder 5 Uhr anfange, ich arbeite am Wochenende nicht, ich gehe wakeboarden, ich gehe raus in die Berge, um einfach so ein bisschen diese Anspannung und Entspannung aber halt auch so über den Tag zu haben. Das funktioniert nicht immer. Letztes Jahr war zusätzlich einfach zu den operativen Themen wahnsinnig schwierig, weil die Weltlage einfach gerade eine ganz andere ist, wo man einfach gar nicht weiß, wie geht es gerade weiter. Erst kam Covid, dann kam Ukraine, dann kommen andere Second-Order-Effekte wie Strompreiskrisen und Co. Aber ich glaube, ich bin sehr gut darin, auf Sicht zu fahren, zu gucken, wie führe ich ein Unternehmen, wo ich nicht zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre Planungshorizont habe, sondern ich muss relativ ad hoc immer neu justieren und entscheiden. Ja, man muss halt auch Bock drauf haben. Wenn man keinen Bock drauf hat, dann brennt man aus the long way. Ja, man muss auch passen. Wenn man aber Bock drauf hat und versucht, außenrum sich Systeme zu schaffen, die einem einfach dann die Entspannung ermöglichen, dann geht es schon. Ich habe zwei Coaches, mit denen ich zweimal in der Woche arbeite, mache sehr viel im Bereich Personal Development und Co. Da mache ich schon sehr viel, um nicht komplett kaputt zu gehen. Ja, das ist meeting Sie, und ich mache die Entspannung Number 6,